Warum sagen viele, dass der schwedische Kampfpanzer-Streetswagen 122 der am besten gepanzerte Leopard 2 ist? Und wie ist es dem Streetswagen in der Ukraine bisher ergangen? Hallo liebe Freunde der Säbelzahnmöwe, hallo liebe Freunde der Panzerei. Heute möchte ich mit euch einen Blick auf den schwedischen Kampfpanzer-Streetswagen 122 werfen. Dabei möchte ich zwei Themenbereiche behandeln. Nämlich zunächst, was den Streetswagen 122 zu einem besonderen Leopard 2 macht und dann, was wir über seinen Einsatz in der Ukraine wissen. Für den ukrainischen Teil der Geschichte darf ich wieder mal ein Video von der ukrainischen Medienorganisation United24 Media nutzen. Vielen Dank dafür. Fangen wir nun aber erst einmal mit der Entstehungsgeschichte des Streetswagen 122 an. Diese ist nämlich interessant, weil sie eng mit der Entwicklung der deutschen Leoparden verbunden ist. Aber es gibt auch große Unterschiede. Insofern ist der Streetswagen 122 aus deutscher Sicht auch ein Was-wäre-wenn-Panzer gewesen. Oder er ist es. Wie aufmerksame Zuschauer meines Kanals wissen, verfügte Schweden Anfang der 1990er Jahre über zwei Kampfpanzerfamilien. Nämlich die schwedische Variante des britischen Centurion und den in Schweden entwickelten Streetswagen 103. Gerade in den 1980er Jahren hatte sich international in Sachen Panzertechnologie allerdings einiges getan. Neue Kampfpanzer wie beispielsweise der Leopard 2, der M1 Abrams oder auch der T-80 waren in allen relevanten Dimensionen des Panzerbaus deutlich besser als ihre Vorgänger. In diesem Umfeld weiter auf einen Panzer mit einer Entwicklungsgeschichte, die bis in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs reicht, und einen ebenfalls in die Jahre gekommenen, panzergeschichtlich aber durchaus interessanten, Sonderweg zu setzen, wäre nicht ratsam gewesen. Denn obwohl beide Panzer solide in Würfel waren, zeigten sie besonders im Bereich Feuerkraft ihr Alter. 105mm-Kanonen waren einfach nicht mehr der Stand der Technik und auch im Bereich Feuerleittechnik blieben so einige Wünsche offen. Deswegen hatte Schweden schon 1984 Arbeiten am MBT 2000-Programm begonnen. Das Ziel dabei war, Schwedens Streitkräfte ab etwa dem Jahr 2000 mit einem neuen Kampfpanzer auszustarten. Dabei wurden verschiedene Möglichkeiten zur Erreichung dieses Ziels untersucht. Nämlich Kampfwertsteigerung der bereits erwähnten Panzermodelle, die bereits vorhanden waren, der Kauf eines ausländischen Kampfpanzers, also Produktion im Ausland, der Lizenzbau eines ausländischen Kampfpanzers in Schweden und die Entwicklung eines eigenen schwedischen Kampfpanzers. Aus panzergeschichtlicher Sicht wäre es natürlich am spannendsten gewesen, wenn die Schweden sich für eine Eigenentwicklung entschieden hätten. Leider verhinderte das der Feind von so manchem interessanten Rüstungsprojekt, die schwedische Krone. Nein, 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 nicht die schwedische Krone, die schwedische Krone. Denn der Entwurf, der sich nach ein paar Konzeptstudien als Stridswagen 2000 herauszubilden begann, hatte zahlreiche moderne Elemente, hätte aber genau deswegen noch jede Menge Entwicklungszeit und vor allem Geld benötigt, um in Einsatzreife zu gelangen. Da Schweden aber nur eine kleine Zahl neuer Kampfpanzer beschaffen wollte und der internationale Markt für Kampfpanzer nach dem Ende des Kalten Krieges nicht wirklich nach teuren neuen Kampfpanzern mit mitgelieferten Inbusschlüsseln schrie, war die Entwicklung eines eigenen schwedischen Kampfpanzers einfach viel zu teuer. Deswegen entschied man sich für die zweitbeste Lösung, nämlich die Lizenzwertung eines ausländischen Modells in Schweden. So konnte man Arbeitsplätze sichern und mehr Steuergeld im eigenen Land halten und erhielt trotzdem einen modernen neuen Kampfpanzer. Um zu entscheiden, welcher Kampfpanzer mit drei schwedischen Kronen verziert werden sollte, wurde für 1993 eine Vergleichserprobung angesetzt. Also diesmal wirklich Kronen, drei Stück, das ist in Schweden so. So kam es also, dass Anfang 1993 der französische Leclerc, der amerikanische M1A2 Abrams und der Leopard 2 TVM Max gegeneinander antraten. Gewonnen hat am Ende, ihr ahnt es bereits, der Leopard 2. Er erfüllte 91% der Forderungen, der Abrams kam auf 86% und der Leclerc auf 63%. Zu den Kritikpunkten am Abrams gehörte der hohe Verbrauch der Gasturbine und der Leclerc war zu dieser Zeit noch im Prototypenstadium und hatte daher einige Kinderkrankheiten. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass es bei solchen Auswahlentscheidungen im Rüstungsbereich sehr oft nicht nur auf technische Werte ankommt. Weltweit sind Rüstungsgeschäfte immer auch ein Mittel der Politik. Deswegen dürfte bei der Entscheidung für das deutsche Angebot auch eine Rolle gespielt haben, dass Schweden etwa zur selben Zeit eine ganze Reihe BMPs und MTLBs aus ehemaligen NVA-Beständen kaufte und Deutschland bereit war, Schweden aus Bundeswehrbeständen 169 gebrauchte Leopard 2 A4 für die Übergangszeit bis zum Eintreffen der neu gebauten Panzer zur Verfügung zu stellen. Ähnlich wie bei einem Besuch bei einem großen schwedischen Einrichtungshaus lag also am Ende deutlich mehr im Einkaufswagen, als man so denken würde. Wie dem auch sei. Der Vertrag für 120 Stück Stridswagen 122 wurde im Januar 1994 unterzeichnet. Geplant war die Auslieferung zwischen 1997 und 2001. Übergangsweise wurden 160 leicht veränderte Leopard 2 A4 als Stridswagen 121 ab 1995 an Schweden übergeben. Diese waren geleased und sind in der Masse nach dem Ende der Leasingzeit zurück nach Deutschland gegangen. Übrigens, wie ich in meinem Video über die schwedischen Panzer aus dem schwedischen Panzermuseum schon erklärt hatte, leitet sich der Name dieser Panzer wie folgt her. Die ersten beiden Ziffern sind der Kaliber der Hauptwaffe in Zentimetern. Und die dritte Zahl zeigt an, der wievielste Panzer im schwedischen Dienst mit einer Kanone in diesem Kaliber der Panzer ist. Stridswagen 122 steht also für den zweiten schwedischen Kampfpanzer mit einer 12-Zentimeter-Kanone. Stridswagen 221 für den ersten. Die Serienfertung des Stridswagen 122 lief 1995 an und das erste Exemplar wurde im selben Jahr an Schweden übergeben. Waren die ersten Fahrzeuge noch in Deutschland gebaut, so ging bald die Produktion in Schweden los und die meisten Panzer wurden dort gebaut. Dazu hatten die deutschen Firmen jeweils Partnerfirmen in Schweden. Das waren im Einzelnen für Fahrgestellte und Integration Krauss-Maffei Wegmann in Deutschland und Hecklunds in Schweden. Für den Turm Wegmann Deutschland und Bofors Schweden. Für die 120-Millimeter-Kanone Rheinmetall Deutschland und Bofors in Schweden. Für die Feuerleineinlage Ablass-Elektronik und Celsius-Tech. Am Ende kamen 29 der Panzer aus Deutschland und 91 wurden in Schweden gebaut. Schweden ist also einer der relativ wenigen Nutzer des Leopard 2, bis heute die neu gebaute Fahrzeuge bestellt hatten. Viele andere Nutzer-Nationen haben lieber auf gebrauchte Panzer aus deutschen und niederländischen Beständen gesetzt. Die waren nämlich nach dem Ende des Kalten Krieges günstig zu haben. Denn einen großen Landkrieg in Europa, ja, den würde es natürlich nicht mehr geben. Und in Zukunft braucht man solche teuren Kampfpanzer eben nicht mehr, die einfach nur so rumstehen, weil man braucht sie ja nicht mehr. Die Schweden hatten aber die verrückte Idee, lieber doch noch ein paar moderne Panzer vorzuhalten. Sicher ist eben sicher. Deswegen kreuzten sie bei der Bestellung ihres neuen Streitwagens dann auch so ziemlich alle damals verfügbaren Sonderausstattungsmerkmale an. So kommt es, dass der Streitzwagen 122 zwar in einigen Bereichen mit der ersten großen Kampfwertsteigerung des deutschen Leos, dem Leopard 2 A5, vergleichbar ist, er aber am Ende deutlich mehr von der Industrie vorgeschlagene Upgrades einbringt als sein teutonischer Cousin. Diese Upgrades waren für die Kampfwertsteigerungsprogramme der bisherigen Leopard 2 Nutzerstaaten vorgeschlagen worden. Die bereits direkt nach der Einführung des Leopard 2 hatte man in Deutschland begonnen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man dieses Spitzenprodukt westdeutscher Ingenieurskunst noch verbessern könnte. Im Rahmen von Untersuchungen zur Kampfwertsteigerung 2 baute man dann zwei Prototypen, die zeigen sollten, was alles möglich war. Den TVM Min und den TVM Max. Das stand für Truppenversuchsmuster Minimal- und Maximalforderung. Eines dieser Fahrzeuge kann man heute im Deutschen Panzermuseum in Munster besichtigen. Die Überlegungen zur Kampfwertsteigerung des Leopard 2 ergaben sich Mitte der 1980er Jahre aus einer Mischung von zwischenzeitlich bekannt gewordenen Verbesserungen beim Gegner im Osten und der Entwicklung vielversprechender neuer Technologien im eigenen Land. Als dann nach der Wende klar wurde, dass der als Nachfolger für den Leopard 1 geplante Kampfpanzer 2000 nicht entwickelt werden würde, bekam die Verbesserung des Leopard 2 eine neue Dringlichkeit. Um die Leopard 2 der drei damaligen Nutzerstaaten Deutschland, Niederlande und Schweiz nicht auseinanderdriften zu lassen, wurden die Maßnahmen abgestimmt. Diese Kampfwertsteigerung unterteilte man dann in drei Maßnahmenpakete bzw. Stufen. Die KWS-Kampfwertsteigerung römisch 1 bis 3. Verwirrenderweise wurde die KWS-2 zuerst durchgeführt. Aus ihr entstand der Leopard 2 A5. Die KWS-1 danach, sie führte durch eine Verlängerung der Hauptwaffe und eine verbesserte Munition zu einer höheren Feuerkraft des Panzers. So entstand der Leopard 2 A6. Die KWS-3 mit einer angedachten Erhöhung des Kalibers der Hauptwaffe auf 149 mm wurde nie umgesetzt. Relevant für uns ist aber heute vor allem die KWS-2. Mit ihr sollten Schutz und Führbarkeit verbessert werden. Wie bereits gesagt, baute man zur weiteren Entwicklung der KWS-2 die beiden TVM. Bei den TVM wurde das Aussehen des Leopard 2 durch das erstmalige Anbringen der Keilpanzerung am Turm und die Turmdachpanzerung sowie den verbesserten Buchschutz deutlich verändert. Die Zeit von quadratisch praktisch gut, die war vorbei. Aber als die drei Nutzernationen sich im Frühjahr 1992 zu einer Klausurtagung in Mannheim trafen, um die Konfiguration für die beiden KWS final festzulegen, mussten aus Geldmangel Abstriche gemacht werden. So kann man heute einen Stridswagen 122 und einen Leopard 2 A5 recht einfach daran unterscheiden, dass der R5 keine Turmdachpanzerung und keine verbesserte Buchpanzerung hat. Die verbesserte Buchpanzerung erhielten die deutschen Leoparden erst mit dem A7V. Die Turmdachpanzerung bisher gar nicht. Wenn man sich allerdings die neuesten Konzeptzeichnungen von KNDS ansieht, klappt es damit aber vielleicht beim kommenden Leopard 2 A8. Besser spät als nie. Während nun aber Anfang der 1990er Jahre die Arbeiten an den Kampffeldsteigerungen liefen, meldeten sich die Schweden und wollten einen Panzer für eine Vergleichserprobung haben. Naheliegenderweise schickte man dafür das beste verfügbare Fahrzeug. Also kein langweiligen Leopard 2 A4, nein, sondern das damals Beste vom Besten, den Leopard 2 TVM Max. Wie bereits erzählt, lernten die Schweden diesen kennen und lieben und bestellten deswegen auf seiner Basis ihren Stridswagen. Nein, äußerlich sehen sich der TVM Max und der Stridswagen 1922 auch recht ähnlich. Allerdings gibt es auch Unterschiede. Denn im Vergleich zum TVM Max wurden die Seitenpanzerungselemente am Turm bis zur Serienversion noch angewinkelt. Und die Schweden entschieden sich für eine französische Nebelwurfanlage vom Typ Galix, statt derer von KMW. Außerdem erhielt das Kommandantenperiskop ein Schutzdach und Seitenschutzbleche, um es besser gegen Splitter und Handwaffenbeschuss zu schützen. Zudem sorgte eine neue Luftführung für die Belüftung des Triebwerksraums in Verbindung mit Sensoren und Schließklappen dafür, dass keine brennenden Flüssigkeiten den Motor verkohlen konnten. Molotow-Cocktails können dem Stridswagen also eher wenig anhaben. Zudem bekam er größere Staukästen für die persönliche Ausrüstung, der Besatzung und Laufrollendeckel aus Stahl. Durch das nun deutlich höhere Gesamtgewicht von 62,6 Tonnen wurde zudem eine Drehstabveränderung notwendig. Zum Vergleich der Leopard 2 A5 wog 59,6 Tonnen und damit etwa 4,5 Tonnen mehr als der A4. Ich finde es übrigens interessant, dass die Schweden sich für damals die schwerste Ausführung des Leopard 2 entschieden. Schweden ist ein Land mit sehr viel Wildnis und wie mir die richtigen Panzerexperten in den Kommentaren immer wieder versichern, ist der Leopard 2 viel zu schwer für schweres Gelände. Anscheinend haben die Schweden das aber damals wie heute deutlich anders gesehen. Um die Zusatzpanzerung am Wannenbog und auf dem Turmdach realisieren zu können, mussten die Luken für die Besatzung umgestaltet werden. Für die Wanne hieß das weg mit der Schwenkluke und her mit einer Schiebeluke. Und auch auf dem Turm wurden die Klappluken ebenfalls durch Schließluken ausgetauscht und die Winkelspiegel höher gesetzt. Das wurde notwendig, weil die Turmdachpanzerung ganz einfach höher war als die alte Dachpanzerung früherer Leopard 2 Ausführungen. Und natürlich haben die Schweden auch ein eigenes Tarnschema und andere Kennzeichen und so weiter. Auch im Fahrzeuginnerung gab es einige Unterschiede zum Leopard 2 A5. So entschied man sich in Schweden dafür, die Spallliner nicht nur im Turm, sondern auch in der Wanne einzubringen. Spallliner sollen dafür sorgen, dass der Splitterkegel eines durchschlagenden Geschosses kleiner wird bzw. enger. Beim A5 waren diese aus Kostengründen nur im Turm verbaut worden. Genau wie beim Leopard 2 A5 kam zudem statt der hydraulischen eine elektrische Waffennachführeinlage zum Einbau. Eine Maßnahme, die durch den Wegfall des unter hohem Druck stehenden Hydrauliköls ebenfalls die Überlebensfähigkeit des Panzers verbesserte. Insgesamt kann man sagen, dass der Stridswagen 122 nach seiner Einführung lange Zeit der am besten geschützte Panzer der Leopard 2 Familie war. Und auch in Sachen Führbarkeit setzte er Maßstäbe, denn mit dem Tank Commander and Control System, kurz TCCS, wurde ein Führungs- und Informationssystem für den Kommandanten verbaut. Dieses stellte ihm auf einem Bildschirm an seinem Platz eine Karte mit der eigenen Position sowie Informationen über eigene und gegnerische Einheiten bereit. Dadurch wurde die Führung des Fahrzeuges und die Zusammenarbeit mit anderen Kräften deutlich vereinfacht. Insgesamt war der Stridswagen 122 bei seiner Auslieferung also ein sehr kompetenter Kampfpanzer. Und in den Jahren seit der Einführung wurden einige Stridswagen weiter modernisiert. So wurden insgesamt 14 Stück durch einen verbesserten Minenschutz zum Stridswagen 122b. Außerdem wurde bei anderen Fahrzeugen nicht mehr nachlieferbare Technik durch neue ersetzt. Das nennt man dann auch Obsoleszenzbeseitigung. Und aktuell läuft ein Programm, um einen Teil der Stridswagen 122 mit einer Kampfwertsteigerung auf den Stand, Stridswagen 123a zu bringen. Diese Ausführung soll sich am Leopard 2 A7 orientieren. Im Rahmen dieser Kampfwertsteigerung beseitigen die ehemaligen Stridswagen 122 dann auch eine kleine, bisher vorhandene Schwäche im Bereich Feuerkraft. Denn im Rahmen dieser Kampfwertsteigerung erhalten sie die längere L-55 Hauptwaffe. Deswegen auch die Bezeichnungsänderung auf Stridswagen 123. Neben den Kampfpanzern beschaffte Schweden über die Jahre auch eine Reihe von Bergepanzern, Pionierpanzern und Brückenlegepanzern auf Leopard 2 Basis. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Geschichte des schwedischen Leoparden noch lange nicht zu Ende ist. Man darf also gespannt sein, welche Sonderwege die Schweden als nächstes gehen. Nachdem wir nun gehört haben, wie der Stridswagen 122 zustande gekommen ist und wie man ihn vom Leopard 2 A5 unterscheiden kann, wollen wir jetzt einen Blick auf den Einsatz in der Ukraine und ein bisschen Feedback aus der Ukraine werfen. Dazu darf ich, wie bereits erwähnt, ein Interview von United24 Media mit einer ukrainischen Stridswagen 122 Besatzung nutzen. Wie immer gilt, natürlich ist United24 Media nicht neutral. Aber in den Interviews geht es um die persönlichen Eindrücke der Besatzung. Und wenn die Quatsch erzählen, dann sage ich das tun. Denn dieser Kanal hier, der ist nicht pseudoneutral, aber objektiv. 2023 hat Schweden der Ukraine insgesamt zehn Stridswagen 122 übergeben. Diese Zahl ist interessant, denn sie entspricht der Zahl der ursprünglich mit einem zusätzlichen Minenschutz ausgestatteten Stridswagen 122, die dann als Stridswagen 122b bezeichnet wurden. Diese Panzer waren für eine Kriseninterventionstruppe der EU gemeldet. Vielleicht hatten sie deswegen ein besonders hohes Niveau an Einsatzbereitschaft und deswegen wurden sie vielleicht dann für die Ausbildung und dann an die Abgabe für die Ukraine genutzt. Aber das ist nur Spekulation meinerseits. Was mir gleich aufgefallen ist, ist, dass zumindest der Panzer in diesem Video über das Barracuda-Tarnsystem verfügt. Das haben wir ja schon im CV-90-Video gesehen. Die Barracuda soll die optische und die Wärmesignatur des Panzers verschleiern helfen. In gewisser Weise behandelt dieser Teil meines Videos ein absolutes Spezialthema. Denn zehn gelieferte Kampfpanzer sind im Kontext eines großen Landkrieges in Europa mit hunderttausenden Soldaten auf beiden Seiten. Und Kampfpanzerverlusten, die auf der russischen Seite mittlerweile bei über 3000 Stück liegen, wirklich eher eine Randnotiz. Am Ende kommt es eben nicht darauf an, wie super einzelne Fahrzeuge sind, sondern darauf, eine ausreichende Anzahl von Panzerfahrzeugen zu haben, die gut genug sind. Leider liefernd und baut der Westen weiterhin nur eine, ja, in homöopathischen Dosen. Betrachtet man allerdings nur Schweden, so sind zehn Kampfpanzer von einem Gesamtbestand von aktuell etwas über 100, natürlich prozentual gesehen schon eine signifikante Spende. Ich möchte auch hier nicht die Schweden angreifen, sondern nur ausdrücken, dass die Unterstützung insgesamt international gesehen viel zu gering ist und viel zu kurzfristig gedacht wird. Versucht man nun herauszufinden, wie sich die Streetswagen in der Ukraine bisher geschlagen haben, gibt es leider nicht besonders viele Informationen. Laut der Oryx-Datenbank, die sowohl russische als auch ukrainische Verluste in diesem Krieg anhand von auf sozialen Medien veröffentlichten Fotos und Videos zählt, wurden bis zum Januar 2024 insgesamt sechs ukrainische Streetswagen 122 im Kampf zumindest beschädigt. Fünf davon wurden zumindest erst mal von ihren Besatzungen verlassen und auf dem Gefechtsfeld zurückgelassen. Ob diese Fahrzeuge also am Ende Totalverluste für die Ukraine waren, ist schwer zu sagen, denn sowohl in vergangenen Kriegen als auch in diesem Krieg können beschädigte Panzer unter den richtigen Bedingungen oft geborgen und wieder repariert werden. Sicher ist auf jeden Fall, dass ein weiterer Streetswagen 122 komplett zerstört wurde. Wenn wir folglich vom schlechtesten Fall ausgehen, hat die Ukraine also bereits sieben von zehn Fahrzeugen verloren und es wären nur noch drei Stück übrig. Eine Verlustrate von bis zu 70 Prozent, ja, die ist natürlich bitter. Hier dürfte sich widerspiegeln, dass die Streetswagen vermutlich als die mit am besten geschützten Panzer im ukrainischen Arsenal an den Brennpunkten der Kämpfe eingesetzt werden. Wenn nun also United24 Media einige der Besatzungsmitglieder von einem der Panzer interviewt, so dürfte diese Gelegenheit seltenheitswert haben. Der Moderator sagt dann auch gleich, dass die gelieferten STLW 122 in etwa sechs Monaten seit der Lieferung viele Kämpfe zu bestehen hatten. Die Besatzung wurde den Aussagen nach 2023 für zwei Monate in Schweden ausgebildet. Diese Ausbildung soll normalerweise eineinhalb Jahre dauern. Der Ladeschütze Andri hatte sich schon 2014 nach der ersten russischen Invasion der Ukraine als Infanterist gemeldet. Damals sah er die ukrainischen Panzer und wollte dieser Truppe auch gerne mal angehören. Zwischenzeitlich war er LKW-Fahrer in der EU und wie viele andere Fahrer nach der russischen Invasion der ganzen Ukraine ist er wieder nach Hause zurückgekehrt, um seine Heimat zu verteidigen. Ich fand besonders interessant, was er über die Taktik der Streetswagen sagt. Er bezeichnet seinen Panzer als eine Durchbruchswaffe. Seiner Aussage nach näherten sie sich feindlichen Gräben bis auf 400 Meter und beschießen sich von dort. Für meine Begriffe ist das eine sehr kurze Distanz. Ich kann nur vermuten, dass er einen Fall beschreibt, in dem sie mit ihrem Panzer einen Angriff der eigenen Infanterie auf einen feindlichen Graben aus der Nähe unterstützen. Oder vielleicht sind sie in einem Abschnitt der Front eingesetzt, in dem die Kampfentfernung aufgrund der Geografie deutlich kürzer sind als in den weiten offenen Steppen in anderen Teilen der Ukraine. Sowohl Andrii als auch der Panzerkommandant Volodymyr haben den besseren Schutz im Vergleich zum A5 und A6 hervorgehoben. Sie sagen, sie seien bereits zweimal an der Front des Panzers getroffen worden, hätten aber keine größeren Schäden oder Verwundungen davongetragen. Die bessere Panzerung gibt ihnen ein gutes Gefühl, auch wenn sie natürlich wissen, dass keine Panzerung der Welt alle Bedrohungen aushalten kann. Alle Vertreter der These, dass alle westlichen Panzer nicht mobil genug sind, wird die Aussage des Panzerkommandanten interessieren, dass der Stridswagen 122 sehr mobil sei. Und das trotz eines Kampfgewichtes von 62,5 Tonnen. Interessanterweise wird in dem Video auch die Debatte um das angebliche Ende des Panzers aufgegriffen. Also im Angesicht der Bedrohung durch Drohnen. Der stellvertretende Kommandeur der Stridswageneinheit stellt aber klar, dass man für erfolgreiche Operationen auch weiterhin alle verschiedenen Arten von Waffen brauchen würde. Wobei der Kampfpanzer die Hauptschlagkraft beim Vorrücken sei. Denn wenn die Infanterie allein ein Ziel angreifen würde, wären die Verluste einfach zu hoch. Gegen die Bedrohung aus der Luft habe man effektive Taktiken entwickelt. Wie selten der Kampfpanzer gegen Panzer in der Ukraine aktuell ist, kann man daran sehen, dass die Besatzung des vorgestellten Stridswagen 122 erst nach etwa sechs Monaten Einsatz die erste Begegnung mit einem feindlichen Kampfpanzer auf dem Befechtsfeld hatte. Ein Zusammentreffen, das der ukrainischen Besatzung, ja, das sie anscheinend überstanden haben. Aber leider hören wir darüber nichts Genaues. Menschlich sehr berührend fand ich das Ende des Interviews. Denn angesprochen auf seine schwedischen Ausbilder, fragt der Ladeschütze Andri, ob er sie grüßen dürfte. Und dann wendet er sich, ja, kurz direkt an sie. Er drückt seinen Respekt für sie aus, bedankt sich für die gute Ausbildung und versichert den Schweden, dass es ihnen in der Ukraine gut geht. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Dieser Teil des Videos, der war für mich besonders, denn wir reden oft über Panzer, über Technik, über Kennzahlen und so weiter. Aber am Ende fahren Menschen in diesen Panzern ins Gefecht und damit in die Gefahr. Ich vermute, überall in Europa gibt es heute viele NATO-Soldaten, die sich Sorgen um ihre ukrainischen Kameraden machen, die sie ausgebildet haben, denen sie aber nicht an die Front folgen können. Insgesamt war das Interview von United24 Media diesmal recht kurz. Nicht alle Besatzungsmitglieder kamen zu Wort und wir haben nicht wirklich was Weltbewegendes erfahren. Außer eben etwas über die persönlichen Perspektiven, über die persönliche Perspektive einiger ukrainischer Soldaten. Und wie ich gerade gesagt habe, sollte man die menschliche Dimension nie aus den Augen verlieren. Abschließend kann man, denke ich, sagen, dass der Strittswagen 1922 ein kompetenter Kampfpanzer ist, der den Ukrainern sicher eine Hilfe in ihrem Kampf für ihre eigene Freiheit und am Ende auch unsere Sicherheit ist. Aber genau wie bei fast allen anderen Kategorien der Waffenhilfe für die Ukraine, ist es die Zahl der gelieferten Systeme, die den Ukrainern nicht die Möglichkeit gibt, in die Offensive zu gehen, um ihre Heimat und die Menschen dort zu befreien. Nochmals vielen Dank an United24 Media für die Erlaubnis, ihr Video zu benutzen. Für noch mehr Videos dieser Art kann ich euch einen Blick auf den Kanal empfehlen, also den United24 Media Kanal. Link in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Für mich ist die Erstellung nämlich immer recht viel Arbeit. Deswegen freue ich mich auch besonders über euer Feedback in Form von Kommentaren und Likes. Das motiviert mich dann für das nächste Video. Für dieses Video bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag und immer eine Handbreite Luft unter der Wanne zu wünschen. Bis zum nächsten Mal.